Halleluja Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Spieltag der MDL und im heutigen Spieltag spiele ich gegen den Lebensgefährten von Nestflow, namentlich Blocky und gegen sein Team, die Furious Pharaoh Seeds. Und ich kann euch auf jeden Fall zunächst einmal sagen, ich bin immer noch weiterhin im Club der 0 Punkte, damit bin ich auch ganz allein in diesem Club, denn es gibt keinen anderen hier in dieser Liga, der überhaupt 0 Punkte hat und gar keinen Sieg hat. Hey, Grüße gehen raus, ist ja auch egal, ich habe euch das ja schon erzählt gehabt in den letzten Episoden oder in den letzten zwei Episoden oder wo es da war, dass es mir auch gar nicht darum geht, irgendwie groß jetzt noch einen Sieg oder sowas zu holen, sondern es geht mir einfach nur darum, Spaß zu haben. Und außerdem habe ich in der letzten Episode die Aussage getätigt, da habe ich nämlich gesagt, Leute, ich werde mich darum kümmern, dass ich Attacken verwende, die daneben gehen können. Das habe ich jetzt auch versucht gegen Blocky zu machen, ich kann euch aber sagen, so viele Attacken sind es gar nicht geworden, die daneben gehen können. Um genau zu sein, sind es glaube ich nur zwei, ne drei, drei, ne drei sind es sogar, ne oder vier, vier, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich müsste glaube ich, also ihr könnt ja mal wieder in die Videobeschreibung anklicken für mein Team und so weiter, das müsste glaube ich auf Fuegro ihr Licht sein, das muss Toxin auf Cresselia sein, das muss der Turmkick auf Mega Schlappor sein und der Draco Meteor auf Cure in Black, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen will ich auch direkt schon mal sagen, erzähle ich euch jetzt schon mal, welche Pokémon ich dabei habe, es sind einmal Raikou, Empoleon, Cure in Black, Fuegro, Cresselia und Mega Schlappor. Bei Blocky sehen wir ein Hydreigon, also hier Trichephalo, Vikavolt, also Donarion, genau so heißt es ja, Skorgro, Terrakium, Entei und Celesteela, also Karguron. Und ja, wie gesagt, ihr könnt natürlich wie gesagt in der Videobeschreibung die Poképaste wieder anklicken, dann seht ihr mein Team und so weiter. Ja, wie gesagt, ich sage jetzt ganz schön oft wie gesagt und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, by the way, ist es auch gerade für mich so, wir haben es gerade 9 Uhr 11, äh, morgens. Das ist für mich jetzt immer so ein Fall, wenn ich das in einem Video sage, könnt ihr davon ausgehen, dass die gesamte Nacht jetzt wach war und ich jetzt heute wieder mal versuche, die ganze Zeit wach zu bleiben, über 24 Stunden. Ich weiß jetzt schon, um circa 15 Uhr oder sowas bin ich so ultra müde, dass ich mich doch ins Bett lege, dann bis 22 Uhr penne und ich dann halt eben mein Schlaf und es komplett hops genommen habe. Man wird sehen, was da passiert. Ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, mal schauen. Ich würde sagen, Wetten können auf jeden Fall eingelassen werden, vor allem weil, jetzt wo ich das hier gerade aufnehme, genau am heutigen Tag kommt auch das Video raus. Das bedeutet also, wenn das Video hier rauskommt und ich bin am schlafen und so weiter. Ach, keine Ahnung, Mann. Was für Wetten brauche ich überhaupt aufmachen mit euch? Ist doch scheißegal. Ich werde sowieso wahrscheinlich schlafen. Ich kenne mich doch schon gut genug. Ist ja auch egal. Ähm, also ich habe vier Attacken, die daneben gehen können. Ähm, und dann werden wir mal schauen, ob ich die Attacken überhaupt getroffen habe. Ähm, vielleicht werde ich es im nächsten Kampf ja auch wieder machen. Höchstwahrscheinlich, weil, wie gesagt, es geht mir einfach auf den Sack, dass meine Opponenten, meine ganzen Gegner einfach jede Attacke treffen. Und ich weiß, wenn ich das halt eben mache, treffe ich sie nicht. Deswegen sage ich jetzt, no risk, no fun. Immer in den nächsten Kämpfen und werde Attacken dabei nehmen. Wenn ich die Wahl habe, eine Attacke mitzunehmen, die halt eben daneben gehen kann, dann werde ich sie nehmen. Dann werde ich daraus keine Wahl sehen, sondern dann werde ich die Attacke nehmen, die daneben gehen kann. Äh, und ja, ich würde sagen, ich fackel auch gar nicht lang rum, sondern komme auch zum Kampf hier. Ähm, zunächst einmal, wie gesagt, ich bin extrem müde dann auch zu dem Zeitpunkt jetzt zur Aufnahme. Ihr wisst immer, was das heißt. Das heißt, das bedeutet, also ich kann die Turns einfach mal für Kacken falsch im Kopf haben und dann falsch benennen. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, Kampf, let's go. Ähm, damit würde ich sagen, werden wir jetzt mal schauen, wie ich hier mich gegen Blocky geschlagen habe. Blocky ja auch jemand, der, ähm, zum Vogelfänger geworden ist, beziehungsweise zum Pokémon, die schweben. Er packt hier Missgeburt 2, er lebt eben raus. Sehr schöner Spitzname an dem Fall. By the way, Grüße gehen daraus an Kentakio, der mir hier die Spitznamen für mein gesamtes Team fertig gemacht hat. Und außerdem, Dankeschön hier auch wieder an Itztief, der für mich, Itztief, die, wie, 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 der das Video für mich aufgenommen hat. Also, er leade mit Trickephalo, ich leade mit, ähm, Raikou. Ähm, hier hab ich natürlich, ja, hier hätte ich auch zum Beispiel irgendwie Walschall oder sowas von ihm gesehen oder so. Das bin ich halt eingegangen, gehe hier auf Voltwechsel, weil ich gerechnet habe, nein, du bist halt, du hast Safecall, bestimmt kein Walschall. Hab mich dafür entschieden, hier in Empolion zu gehen, weil ich gesehen hab, dass beispielsweise, wenn er auf Erdkräfte gedrückt hat, oder auf Erdkräfte drückt, das nicht so viel Schaden macht. Wir sind ja ein speziell defensives Empolion. Meine Überreste triggern, er hat auch Darkpuls eingesetzt. Ähm, für mich war es jetzt hier die Chance, komm, ich geh auf Icebeam, ähm, weil halt eben Icebeam unfassbaren Damage natürlich gemacht gegen Trickephalo. Man sieht's hier, Erdkräfte, wie gesagt, überlebe ich. Ich bin nicht auf den Icebeam gegangen, ich bin nämlich hier auf die Tarnsteine gegangen, wie ich's nämlich gerade gesagt hatte. Direkt schon hier, direkt beim ersten Ding, äh, das ist ja der Wahnsinn, hier verkack ich schon so früh. Ja, Leute, wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Also, ähm, ich bin nicht hier auf den Eisstreit gegangen, ich bin nämlich jetzt hier auf den Eisstreit gegangen, wo er nämlich mit den Switch gerechnet hat, den ich aber nicht getätigt habe. Aber man sieht's hier, die Chiora-Beere, keine Ahnung, diese Anti-Eisbeere auf jeden Fall. Ähm, die mich sehr überrascht hat, dadurch macht der Eisbeam doch nicht mehr so viel Chiora-Beere. Dafür macht der Eisstreit jetzt nicht mehr so viel Schaden, was ja nicht unbedingt, ja, das ist natürlich jetzt, ähm, ein bisschen doof, weil das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich's mir vorgestellt habe. Er geht hier wieder auf die Finster-Aura, die auch ausreicht, um einen Empolion rauszunehmen. Das bedeutet, also jetzt steht es 5 gegen 6 und das ist halt schon ziemlich blöd, weil Empolion war halt eben ein Pokémon für mich, was halt eben auch herzhaftes Removen kann, nicht nur legen kann. Hier geh ich raus in mein Megaschlappohr, weil ich hier halt eben, ähm, schneller bin als das Trikephalo und Frustration würde halt eben rausnehmen, worauf ich auch gegangen bin. Nicht direkt auf den Turmkick, weil der halt eben missen kann. Da war das dann doch nicht so mit No Risk No Fun, er geht hier auf Kargoron. Und hier hab ich mir sogar tatsächlich, als er schon reingeswitcht hat, äh, ist, hab ich mir gedacht so, okay, Kargoron wird wahrscheinlich ein defensives, ein physisch defensives Kargoron sein. Wir sehen's jetzt gleich, aber ich bin auf Frustration gegangen, was ja sogar Kargoron resistet. Aber man sieht trotzdem, ich weiß immer noch nicht so ganz genau, aber ich glaube, das ist gar nicht so physisch defensiv. Wir sehen aber den Beulenhelm auf dem Pokémon. Das heißt also, ähm, ja, gut gemacht von ihm auf jeden Fall. Hier will ich nicht drinbleiben, vor allem, weil so ein Erstlash ganz schön auf den Sack gehen kann. Hier bin ich vielleicht das Risikoeingang, dass er auf Erdbeben geht, aber ein Erdbeben hätte nicht so viel Schaden gemacht durch den Bedroher, den ich rausbekomme. Ähm, er entscheidet sich hier aber rauszudoubbeln. Ähm, er möchte, äh, er hat anscheinend damit irgendwie prediktet, dass ich hier vielleicht auf Fuegro oder so gehe. Deswegen geht er hier auf Skorgo, was halt ein guter Predikt seinerseits auf jeden Fall war. Man sieht, er wird hier von Stein getroffen und er hat den Toxic, Tox, Toxic Orb, Alter, wie habe ich das gerade ausgesprochen? Schande über mich. Toxic Orb, das heißt, er hat Aufheber hier wohl als Fähigkeit. Ähm, hier will ich natürlich nicht drinbleiben. Hier gehe ich nämlich raus in mein Cresselia. Es ist ja physisch defensiv. Das bedeutet also, ein U-Turn von Skorgo oder ein Knock-Off von Skorgo macht gar nicht so viel Schaden. Er entscheidet sich hier aber auf seine eigenen Stones, auf seine eigenen Tarnstände zu gehen. Ähm, was ich, ja, ist vielleicht ein bisschen nervig, was ich aber nicht allzu schlimm finde. Er geht hier auch tatsächlich auf den Abschlag, aber wie gesagt, das macht nicht so viel Damage. Außerdem, ähm, ja, Beulenhelm-Schaden kriegt er jetzt noch mit dazu. Und hier habe ich mich dazu entschieden, mit Cresselia einfach auf den Eistrahl zu gehen, um mal zu schauen, wie viel Schaden das gegen Skorgo macht. Und ich sehe hieran, dass er auf jeden Fall, ich glaube, volles spezialdefensives Investment drin hat, was so eine wichtige Information rein theoretisch für mich ist, weil er jetzt vor allem auch mit Kehrt, wenn er rausgeht und das Skorgo irgendwann ja mal wiederkommen wird. Ähm, ja, wie gesagt, geht hier auf den U-Turn, will halt eben raus hier gegen mein Cresselia. Ich habe es aber auch nicht eingesehen, hier irgendwie was groß zu machen. Ich bin da auf jeden Fall hier in die Entscheidung halt eben gegangen, hier auf Psychokinese zu gehen, weil das hätte Skorgo halt eben besiegt. Und falls er geswitcht hätte, was er jetzt auch getan hat, würde Psychokinese seine Pokémon am besten treffen. Man sieht es hier, er geht halt eben hier aus, in seinen Vika-Volt, beziehungsweise in seinen, ähm, Donarion. Ähm, das macht unfassbaren Damage, die Psychokinese, vor allem durch die Stealth-Rock-Damage, äh, durch der Stealth-Rock-Damage, das das Pokémon halt abkommt, ist es absolut, äh, nicht ohne. Hier bin ich in Gamble eingegangen, ähm, hier hätte er nämlich zum Beispiel auf Käfergebrumm klicken können. Ich habe aber tatsächlich prediktet, dass er hier auf den Donnerblitz geht und wir sehen es jetzt hier gleich nochmal. Er geht tatsächlich auf den Donnerblitz. Komm, ja, er geht hier auf den Donnerblitz. Man sieht es hier nochmal, wie gesagt, hier bin ich so ein bisschen in Gamble eingegangen, weil auf so einen zum Beispiel Spex-Käfergebrumm, das wäre nicht geil gewesen auf, äh, Kuremberg, das sage ich euch. Ähm, aber wie gesagt, ich dachte, er geht hier halt eben auf die Thunderbolt, weil er damit rechnet, dass ich switchen werde. Jetzt bin ich draußen beim Kuremberg und hier bin ich auf den Eichstrahl gegangen, ähm, weil das einfach sozusagen der beste Angriff war. Ich kehrere halt eben seinen Donnerrion damit und, ähm, ja, alle Pokémon, die er halt eben irgendwie hat in seinem Team, werden von Eichstrahl ganz gut eigentlich getroffen. Er geht hier in seinen Skorgo also raus, zackt damit seinen Skorgo, das Skorgo stirbt, also hier gegen meinen Kuremberg. Somit steht es wieder 5 zu 5. Man darf auch nicht vergessen, auf beiden Seiten stehen hier Tarnstellen, das heißt, es ist relativ spannend. Er bringt hier seinen Entei raus, was eine gute Entscheidung seinerseits natürlich natürlich war. Ähm, mit Kuremberg möchte ich hier auf gar keinen Fall drin bleiben gegen einen Entei, ähm, ganz klare Sache. Deswegen switche ich hier auch raus und habe mich hier dazu entschieden, gegen das Entei direkt meinen, äh, Kresselia wieder rauszunehmen, weil Kresselia, also wenn das halt eben physisch defensiv ist und so, ähm, also, äh, wenn das Pokémon, ähm, physisch ist, das Entei, dann, ähm, tankt mein Kresselia die Attacken ganz gut weg. Man sieht es hier aber, er geht hier auf Toxin, das bedeutet, es ist wohl womöglich ein etwas defensiveres Entei, was auch nicht unbedingt schlimm ist, zumal, wie gesagt, das Entei mir nicht so viel Schaden machen kann gegen das Kresselia. Er jetzt hier auch raus switcht und ich hier auf dem Mond, ähm, hier auf Moonlight, ähm, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ey, ihr wisst schon, was ich meinen da auf, auf diese Heilungsattacke von Kresselia Moonlight. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, es ausscheint, Mondschein, da steht es doch, Mondschein gegangen bin. Wie gesagt, er hätte mich nicht keo mit seinen Attacken, hätte mich hochheilen können und wenn er halt eben switcht, dann bin ich hier wieder auf fast voll. Ähm, er ist hier auf seinen Trikephalo rausgegangen. Jetzt kommt eine interessante Sache, denn ich habe gesehen, dass sein Darkpuls mich nicht KO'n kann. Das heißt, ich bin jetzt sogar eingegangen, bin drin geblieben. Ich habe gehofft, dass ich hier nicht flinche und wie wir sehen, ich flinche nicht, kriege mein Eichstrahl raus. Das bedeutet also, durch den Eichstrahl nicht ganz. Keo Trikephalo leider nicht. Ich habe echt gehofft, dass es eigentlich ausreichen sollte und ich glaube, ich habe es auch so im Kalk eigentlich gesehen. Es hat irgendwie doch nicht ausgereicht. Ähm, somit, ja, ähm, wird mein Kresselia hier besiegt von der nächsten Finster Aura. Ähm, ist doof gelaufen, hätte auch anders gehen können. Ähm, ob ich Kresselia jetzt unbedingt noch gebraucht hätte. Ja, ist, ne, ist auch so eine Sache. Ist jetzt auf jeden Fall doof gelaufen. Ich gehe jetzt hier meinen Raikou halt eben raus, um halt eben das Trikephalo zu finishen. Habe mich hier dafür entschieden, ähm, auf Donnerblitz jetzt zu gehen. Nicht auf den Voltwechsel. Voltwechsel wäre doof gewesen, weil er hätte eher die Switch-Avortage auf meinen Raikou bekommen. Äh, auf meinen Pokémon bekommen, was ich reingeswitcht hätte. Und, äh, Donnerblitz, ja, der Crit hat natürlich nicht gemattert. Und der Donnerblitz, ähm, würde halt eben alle seine Pokémon, die er reinswitchen kann, halt eben sehr gut treffen. Ähm, und außerdem auch das Trikephalo rausnehmen. Er geht hier raus in, oder er geht hier rein in sein Terrakium. Und hier habe ich mal wieder einen Scarf, zwar gerochen, bin aber das Risiko eingegangen. Hätte auch daneben gehen können, wenn er hier Scarf gewesen wäre und schneller gewesen wäre als ich. Ist er aber nicht. Voltwechsel kommt also hier mal wieder durch. Macht unfassbarer Damage. Und ich kann hier rausgehen in meinen Fuegro, um halt eben den Angriff minus auf das, äh, Fuegro, ähm, auf das, ähm, Terrakium rauszubekommen. Was nicht schlecht für mich ist. Das, ähm, äh, könnte ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Er geht hier tatsächlich sogar auf den Schwertanz, was mir ein bisschen Sorge bereitet, was ich ein bisschen uncool finde. Ähm, und, ähm, ja, wenn... Ich bin jetzt hier auf den Iron Head gegangen, was aber nicht wichtig ist, denn er haut hier halt eben direkt seinen Z-Move raus, was auf jeden Fall mal Fuegro aus dem Spiel nimmt. Ähm, ja, so wie gesagt, Fuegro musste ich halt eben hier machen, weil man, wenn er halt eben Schwertanz, was er auch gedrückt hat, ähm, Schwertanz geht, würde er halt eben, in Anführungszeichen, nur auf plus eins gehen. Ähm, wenn er vielleicht nur angreift, hätte ich die Chance gehabt, das zu überleben, solange es halt eben... Also, ich glaube, der Z-Move hätte auch auf minus eins ausgereicht. Ich glaube aber, wer einfach nur so auf Steinkante oder so gegangen, glaube ich, hätte es nicht ausgereicht. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, so ungefähr war es auf jeden Fall. Wie dem auch sei, Terrakium bringt hier mein, ähm, Fuegro um mit dem Z-Move. Ähm, und somit habe ich jetzt aber hier die Chance, ganz einfach auf meinen Schlapport zu gehen. Ich weiß ja, dass das Pokémon nicht gescaft ist, sondern halt eben Z-Move hat. Und hier war es dann für mich so, er geht jetzt doch bestimmt Safecoil in sein, ähm, in sein Kargoron. Und hier gehe ich dann halt eben auf den Turmkick, was er auch tatsächlich macht. Er geht hier in sein Kargoron, hier gehe ich auf Turmkick, weil der Turmkick extrem Schaden gegen Kargoron rausballern halt eben kann. Und, äh, ich, man sieht es jetzt auch, ich treffe den sogar tatsächlich, was ich unfassbar geil finde. Und das Kargoron überlebt das so gerade noch so. Erinnert mich so ein bisschen an Trikefalo. Aber es ist nicht allzu schlimm, denn ich kann das Pokémon ja jetzt erstmal finishen mit Frustration. Ich bekomme natürlich noch ein bisschen Beulenhelm-Damage, was ein bisschen uncool ist. Aber auf jeden Fall ist Kargoron raus, was, ähm, ja, was ich gestalten kann. Vor allem bei Kargoron, äh, da mal wieder stirbt, nachdem es mir in der MPBL ja mal gar nichts gebracht hat. Er bringt die krasse Katze wieder raus. Meine Güte, also Entei wieder raus. Ähm, bekommt ultra viel Stealthrock-Damage. Und jetzt habe ich gesehen gehabt, Turbo-Tempo kann mich nicht K-O'n, wenn er es dabei hat, weil er auch ein etwas defensiveres Entei ja wohl hat. Man sieht es jetzt auch, er geht auch tatsächlich hier auf den Turbo-Tempo. Und tatsächlich, mein Schlappohr überlebt es. Frustration reicht sogar tatsächlich aus, um das Entei zu killen. Das heißt also, Schlappohr hier den nächsten Kill geholt, Entei ist auch down. Und jetzt sieht es extrem geil für mich aus. Leute, ist das denn zu fassen? Er bringt nämlich jetzt hier sein Donarion raus. Und jetzt müsst ihr alle, jetzt müsst ihr alle so ein bisschen gespannt vor den Bildschirmen sitzen. Ja, Frustration kommt raus. Killt das Donarion jetzt ja hoffentlich? Ja, natürlich killt es das. Und was ist sein letztes Pokémon? Wisst ihr es noch? Wisst ihr noch, was sein letztes Pokémon ist? Er holt es nämlich jetzt raus. Das ist das Terrakium. Was muss jetzt kommen, damit Terrakium stirbt? Genau, Turmkick. Seid ihr bereit? Trifft Turmkick, ja oder nein? Oh, ey! Ich hab einen Sieg, Leute! Ja, ist das zu fassen oder was? Ich bin jetzt endlich nicht mehr im Klub der Nuller. Ich hab jetzt auch einen Sieg und damit drei Punkte. Und das werden wahrscheinlich die letzten Punkte sein für die gesamte Liga. Aber was soll's. Trotzdem fühl ich mich jetzt geil, dass ich endlich einen Sieg habe, Leute. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, würde mich einen Daumen auf Freunde supporten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Spieltag wieder. Wo ich dann wahrscheinlich wieder verlieren werde. Bis dahin, Leute. Ihr macht's gut. Tschüss, Gosling, Gosling. Bye, bye. Ja, ich wünsche euch noch was.